Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast. Mein Name ist Paul Welke und heute zu Gast ist Hip-Hop G-News aka Eli. Vielleicht kennt ihr ihn noch nicht, aber das heißt nicht, dass diese Folge deshalb uninteressant wird. Eli informiert auf seinen Social Media Kanälen über aktuelle Rap-News und interessante Hintergrund-Stories. Seine Videos oder sein Video über Elias auf YouTube ging letztens ziemlich viral und das meiner Meinung nach auch zurecht und ich bin gespannt, was da alles noch so in Zukunft kommen wird. Heute wollen wir mal ein wenig eintauchen in die Welt des Ami-Raps. Da muss ich sagen, da stecke ich selber gar nicht so drin. Und wir schauen mal, was auch vielleicht du als Artist da draußen lernen kannst mit dem Blick über den großen Teich. Wir sprechen über Newcomer der letzten Jahre und diskutieren, was zu ihrem Erfolg führte. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Eli. Vielen, vielen Dank. Ich bin auch sehr froh hier zu sein. Also die Leute wissen das nicht, aber es ist sehr viel passiert gerade eben, sehr viel technischer Kram, der geklärt werden musste. Aber wir sind jetzt hier, es hat geklappt, doch. Und ich bin auf jeden Fall froh und ich bin ready. Also ich freue mich auf die Fragen und wir können ein bisschen reden und diskutieren. Okay, als allererstes würde mich erst mal interessieren, so ein bisschen, wie war so deine Kindheit? Wie bist du so aufgewachsen und was war so deine erste Berührung mit Musik, an die du dich halt noch so erinnern kannst? Also ich muss sagen, ich bin durch Musik eigentlich eher durch meine große Schwester gekommen. Sie ist ein bisschen älter als ich gewesen und war schon vorher auf Twitter unterwegs und auf Social Media und hat mich so ein bisschen auf die Reise mitgenommen. Und ich habe halt immer als kleiner Junge so geguckt, was sie so macht. Und sie hat halt schon angefangen mit Usher hören. Sie war ein riesen Usher-Fan. Und ich dachte mir so, okay, Musik ist ja doch was Cooles. Und dann erst mal R'n'B und dann irgendwann auch Hip-Hop. Irgendwann hat man das Drake gesehen. Ich glaube, das war in der 2010er-Zeit. Hat man das erste Mal Drake gesehen und Lil Wayne. Und ich war immer sehr fasziniert. Und wenn man ein bisschen älter geworden ist, hat man sich auch viel älterer Sachen interessiert. Wie die 2000er, 50 Cent und Deep Bling Era und alles. Und ja, bis jetzt bin ich immer noch begeistert von Hip-Hop und allgemein. Also du bist so durch deine Schwester eigentlich eher so über amerikanischen A&B dann so zu Hip-Hop. Und dann wahrscheinlich eher dann im Nachhinein zu Deutschrap. Oder war das so parallel? Im Nachhinein. Also meine Schwester war auch eher so die Kultur an sich. Die amerikanische Kultur an sich. Da war sie mein Riesen-Fan. Und da bin ich eher, wie gesagt, durch den Musikrekord. Und dann irgendwann später ist. Also wirklich relativ spät zu Deutschrap. Ich weiß, wie es bei dir ist. Du sagst, du bist im Unwrap nicht so ganz drin. Genau. Deswegen würde ich mal jetzt behaupten, dass du eher in Deutschrap vielleicht ein bisschen mehr Interesse hast. Ich bin, ja, ich kann ja mal kurz erzählen. Ich bin halt 95 geboren, für die, die es nicht wissen. Das heißt, ich bin so, ja, ich kann mich so erinnern, als ich so sechs Jahre, sieben Jahre alt war. Erste Klasse kam so Sido mein Blog raus. Und das lief so auf MTV hoch und runter. Und ich hatte so einen besten Freund in der Grundschule. Der hat direkt neben der Grundschule gewohnt. Und ich bin immer nach der Schule zu ihm gegangen. Und wir haben halt immer MTV geguckt. Und alle halbe Stunde immer, da gab es ja immer dieses Voting, wo man anrufen konnte. Wir haben immer nur darauf gewartet, dass Sido mein Blog kommt. Und damit bin ich so aufgewachsen. Aber auch vor allem mit so diesem Übergang, so eigentlich von diesem, was halt so Ende der 90er, Anfang der 2000er noch richtig präsent war. Dieses New Metal, also vor allem so Bands wie Limp Bizkit oder Linkin Park, was ich halt sehr viel irgendwie auch als Kind gehört habe. Dann gab es diese Kollabo mit Jay-Z. Weiß nicht, ob du es kennst. Ja, ich weiß genau. So, und da bin ich dann eigentlich so ein bisschen auch eher in diese Richtung so gerutscht und habe sowas gehört. Früher habe ich halt auch als Kind und so sehr viel auch so eher so Metal, Punk und Rock Sachen gehört. Und dann bin ich halt so nach und nach, als es halt auch in Deutschland und generell weltweit immer größer wurde, auch immer mehr in dieses Rap-Ding eingestiegen. Habe dann auch selber angefangen zu rappen, so mit 13, 14 Jahren oder so. Und auch angefangen, selber Beat zu produzieren. Und dann bin ich halt da so hängen geblieben. Jetzt heutzutage höre ich eigentlich immer noch sehr viel querbeet, vor allem immer so Deutschrap, um so zu gucken, okay, was ist da halt gerade so aktuell, was geht da halt so ab. Man kriegt es ja halt auch mehr natürlich mit, wenn man so in Deutschland lebt. Und ab und zu höre ich mal Baby Music in die Ami-Rap-Playlist rein, so Rap-Life oder so. Aber ich muss sagen, es ist auch ganz andere Welt. Ich bin selber auch, was meine Beats angeht, halt eher so der melodische, poppige Typ. Und ich finde, amerikanischer Rap ist schon, wie soll ich sagen, wesentlich mehr rappiger als deutscher Rap, wenn man das so sagen, oder? Ja, sehe ich genauso, ja. Ja, okay, dann meine nächste Frage. Du bist ja Self-Made-Hip-Hop-Journalist, kann man so sagen. Und dein letztes Video war auch ziemlich gut, sowohl in der Erzählweise als auch, wie du das Ganze geschnitten hast. Wie kamst du dazu, dass du dir so dachtest, yo, ich würde jetzt gerne Videos zu Rap-Themen und im Allgemeinen zu den Leuten dahinter machen? Also dazu muss ich mal sagen, ich habe zuerst mit TikTok angefangen. Das war, glaube ich, Ende 2020 oder Anfang 2021, wo ich mich entschieden habe, Hip-Hop-Content zu machen. Davor habe ich immer so Comedy-Videos gemacht, die aber auch nicht wirklich gut angekommen sind bei den Leuten. Und da dachte ich mir, okay, ich muss was anderes machen. Und für etwas, was mich interessiert, das war halt Hip-Hop. Und dann habe ich einfach Ideal-Reviews gemacht. Ich habe einfach Ideal-Reviews rausgekommen und dann habe ich gesagt, ey, ich sage mal meine Meinung dazu zu den Songs. Und so hat es halt angefangen, dass meine Community auf TikTok aufgebaut hat. Und dann habe ich einen Podcast gehabt und dann irgendwann hat mein Podcast, mein Kovos gesagt, ey, du musst auf jeden Fall mal YouTube machen, weil du gibst mehr an mir auf TikTok, warum nicht mal ein Langer-Phone auf YouTube. Und dann habe ich halt meine ersten Videos veröffentlicht und das zweite Video, worüber du ja schon gesprochen hast am Anfang, ist ja auch für mich überraschenderweise wie rei gegangen auf YouTube. Weil 100.000 auf YouTube ist natürlich nochmal was komplett anderes wie auf TikTok oder auf einer Plattform. Und jetzt denke ich mir, ich muss jetzt natürlich weiter Gas geben und hoffe natürlich, dass ich mit meiner Arbeit irgendwie, ja, was Cooles machen kann. Und deswegen nenne ich mich auch Selfmade-Journalist. Natürlich habe ich jetzt keine Ausbildung oder ein Studium in der Richtung gemacht, aber ich glaube, wir brauchen mehr solche Leute in Hip-Hop. Oder in Deutschland einfach mehr Hip-Hop brenntet einfach auch. Yes, also ich glaube, dieses Video, was du gemacht hast, hat halt auch einfach den Zeitgeist getroffen. Also ich habe mir schon innerhalb des letzten halben Jahres schon mal so gedacht, so was eigentlich mit diesem Elias geworden. Ich verfolge das ja nicht so mega aktuell, aber dachte so, ey, der war so da und der war so übelst krass und dann war der nicht mehr da. Und dann sehe ich so dieses Video, diesen Videotitel und da so, wie ist der Videotitel genau? Irgendwas mit? Und die Wahrheit über das Verschwinden von Elias so... Genau, ich dachte so, ja, will ich wissen, so interessiert mich. Ich klicke halt so rauf, habe es halt gesehen, da hat das Video noch nicht so viele Aufrufe gehabt, aber der YouTube-Algorithmus auf jeden Fall hat mich da zu dir geführt und ich habe es auf jeden Fall richtig krass gefeiert und dachte so, hey, krass. Und dann bin ich auf deinen Kanal gegangen, habe gesehen, das ist erst dein zweites Video und dachte ich so, ja, also Glück. Manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass man halt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Bei dir war das jetzt auf jeden Fall der Fall, aber ich kann dir auch sagen, lass dich da überhaupt nicht stressen, mach einfach die Videos so, wie du sie machen willst. Ich glaube, du bist jetzt schon an einer sehr guten Position und auch wenn das nächste Video nicht so viral geht, hast du, glaube ich, schon einige neue Fans dazu gewonnen. Und für die Leute, die jetzt gerade den Podcast hier hören, geht auf jeden Fall mal auf den Kanal auf YouTube und lasst ein Abo da. Ich glaube, es wird ihn sehr freuen. Ja, jetzt, wo wir über dich gesprochen haben und was du so machst, würde ich als nächstes zu dem Thema dieses eigentlichen Podcasts im Allgemeinen kommen. Und zwar reden wir hier immer darüber, wie man als Künstler oder auch als Produzent irgendwie mehr Reichweite erreichen kann, wie man erfolgreicher sein kann. Und mit dir als Gast würde ich halt da gerne so einen Blick so ein bisschen nach Amerika rüberwerfen, weil du dich ja da auf jeden Fall besser auskennst als ich. Du weißt so, was ist da so in letzter Zeit so in gewesen, was sind so die Unterschiede oftmals. Gibt es ja auch so Sachen, die irgendwie im Ausland, also egal ob Frankreich oder Amerika gut laufen, die dann so ein bisschen nach Deutschland importiert werden. Deswegen, glaube ich, ist es auch für alle Künstler da draußen durchaus interessant, uns hier mal ein paar Sachen anzugucken und darüber zu sprechen. Und als erstes habe ich da eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar ordne folgenden Faktoren deiner Meinung nach ihrer Wichtigkeit für den Erfolg im Rap-Game. Und zwar erstens Kontakte, zweitens die Soundqualität, drittens wie individuell man ist, viertens der Social-Media-Grind, ich glaube heutzutage auch wichtig, und dann fünftens Geld. Geld kann natürlich ein Multiplikator sein, wenn man Werbung schaltet und so weiter und so fort. Aber ja, erzähl doch mal. Ja, ich habe es mal so gemacht. Am allerersten, also Nummer eins, Soundqualität. Also da würde ich schon mal behaupten, du meintest einfach, dass dein Sound von einem Artist. Yes, also ich meine damit vor allem auch, wie ist es halt gemixt? Sind deine Beats, können die halt mithalten mit dem Industriestandard? Oder zum Beispiel klingt es halt einfach scheiße, wenn du es auf großen Boxen hörst? Also gesamte Mix- und Mastering, Sprachverständlichkeit auf dem Track, sowas ist damit gemeint. Richtig, das habe ich auf Nummer eins gebracht. Und da habe ich gesagt, Individualität. Vor allem jetzt gerade in den Marken, der wir sind. Wir haben so viele Künstler, so viele Rapper, jeder will was Gleiches machen. Und da muss man einfach ausstechen. Also wir werden ja später wahrscheinlich noch ein bisschen darüber reden. Es ist halt echt schwierig heutzutage, für Künstler und auch für Producer, sich einen eigenen Namen zu machen. Da habe ich gedacht, Platz drei, Kontakte. Weil Netzwerken ist wichtig. Ich glaube, das ist auch so mit eines der wichtigsten Dinge. Du kannst so gut sein, wie du willst. Aber wenn die richtigen Leute, die es nicht kennen, kann schwierig werden leider. Und dann habe ich gedacht, Social Media auf Platz vier. Und ich war leider ein bisschen, es war schwierig, Social Media nicht doch vor Kontakte zu packen, weil du willst ja auch durch deine Social Media, dass Leute auch nicht aufmessern werden. Ja. Und deswegen drei, vier, das kann man gleich darüber diskutieren. Du hast ja deine Meinung gleich. Aber ich habe Platz vier, Social Media. Aber das kann ja auch, wie gesagt, Social Media ist eine Sache, das kann ja auch in die Rose gehen. Du kannst dich ja auch komplett zum Affen machen. Was willst du denn als Künstler? Dann haben wir Platz fünf, Geld. Geld ist natürlich wichtig, da kann man sich auf jeden Fall einiges ermöglichen. Aber wenn die ganzen Sachen, die oben genannt sind, nicht stimmen, da kannst du so Geld haben, wie du willst. Yes, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube auch immer, es gibt halt viele Künstler, die halt denken, boah, ich kaufe mir jetzt einen Neumann U87, zweieinhalbtausend Euro. Oder keine Ahnung, noch krasser, einen Sony C800G für 15.000 Euro. Und ich kaufe mir jetzt einen Avalon und der macht, dass meine Stimme richtig geil klingt für zweieinhalbtausend. Und dies und das, aber so wie du halt schon sagst, es ist halt nicht das Geld, das Equipment, was den Sound macht, sondern halt schon auch der Künstler. Zum Thema Soundqualität auf erster Stelle möchte ich mal einfach ganz kurz mal Werbung an dieser Stelle machen. Also Beatmaking.de auf jeden Fall, guckt da mal vorbei, hört mal in unsere Beats rein. Wir legen wirklich sehr viel Wert darauf, dass wir so einen gewissen Standard haben an Soundqualität, was auch den Unterschied macht zu Plattformen wie Beatstars. Was ich meine, es gibt tausende Producer da draußen und es gibt tausende Plattformen da draußen. Aber wir wollen halt wirklich mit jedem Producer, der auf unserer Plattform auch seine Beats anbietet. Und aktuell sind das halt nur drei. Riffboy, Pascal aka MonikBeats und ich. Ähm, dass es halt gewissen Standards entspricht, damit man halt eben auch die Möglichkeit hat, überhaupt von der Soundqualität in irgendeine vielleicht Major-Playlist oder so aufgenommen zu werden. Und für alle Leute, die sagen, hey, ja, aber ich hab gar kein Geld, kein Problem. Wir haben 25 kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung. Das heißt also Spotify, Amazon, iTunes, was ihr auch immer wollt. In unserem Newsletter, also schaut einfach mal vorbei, beatmaking.de slash 25 minus kostenlose minus Beats. Yes, ähm, genau, soviel zu dem Thema Werbung und zu dem Thema Geld. Was mich interessieren würde, war, warum du tatsächlich Social Media so weit nach unten gepackt hast. Also zum Beispiel jetzt Individualität, sagst du, ist das Zweite. Warum ist Individualität in deinen Augen so viel mehr wert und so viel wichtiger als jetzt zum Beispiel Social Media? Weil ich mir gedacht habe, dass wir haben jetzt die Plattform wie TikTok beispielsweise. Während du siehst ja selber, ich weiß nicht, ob du auf TikTok aktiv bist. Jeden Tag siehst du irgendwelche Rapper. Und wie oft bist du da und denkst dir, der ist krass. Wie oft, also wie oft warst du mal im Moment, wo du sagst, okay, der ist anders, der ist voll krass. Mit dem möchte ich mich gerne connecten, vielleicht mal Beats für ihn machen. Aber das passiert nicht allzu oft, weil du jedes Mal das Gefühl hast, du hörst irgendwie denselben Rapper. Und ich hab mir gedacht, okay, Videos machen über deinen neuen Song, das ist wichtig. Und Social Media Präsenz auf Instagram und überall ist extrem wichtig. Aber wenn du einfach ein Alleinstellungsmerkmal hast, wenn du einfach anders bist, dann gleicht das so ein bisschen aus. Dann ist das Interesse vielleicht für dich größer. Wenn du einfach vom Song vielleicht einfach was anderes bringst, ne, immer noch qualitativ hochwertig natürlich. Dann würde man jetzt nicht komplett Schwachsinn oder sowas hier besagen, dass ihr das machen sollt. Aber ich hab ja gedacht, es ist halt gerade unnormal wichtig, ein bisschen mit dem Sound anders zu sein. Und irgendwie was Neues zu machen. Aber ich kann natürlich deine Frage verstehen, oder ich kann auch verstehen, dass du gerade hinterfragst, wenn ich das zum T-Gruppen gesetzt habe. Weil, wie gesagt, du willst ja auch mit Social Media zeigen, wer du bist und warum du anders bist und vergleichst zu den anderen Künstlern. Nochmal als Zusammenfassung. Ich glaube, ich hab dich da schon verstanden, was du sagen willst. Es ist quasi, erst mal musst du individuell sein und du musst was Eigenes haben. Na klar musst du dann auch den Leuten zeigen, wer du überhaupt bist. Du brauchst die Exposure, du brauchst halt dieses Social Media Ding. Aber das bringt dir halt nichts, wenn du nicht vorher an deinem Sound gearbeitet hast. Und ich glaube, das ist halt auch in meinen Augen, also finde ich interessant, dass du es auch so siehst, einer der Punkte, die halt am meisten übersehen wird von den Leuten. So, die Leute denken halt immer, es gab so diese Zeit, Jurens Blockbattle, weiß ich nicht, ob du das so mitbekommen hast, ob du da so drin warst. Das war ja so, da waren alle Leute so, du brauchst die Fünffachreime und diesen Scheiß, so das ist ja, muss ich sagen, zum Glück, so ein bisschen wieder komplett von der Landkarte verschwunden, diese Meinung in den Köpfen der Leute. Aber da war halt jeder so, ey, ich bin ein krasser Rapper, ich mach halt noch krassere Reime. Aber irgendwie ist es dann auch schnell langweilig geworden und es war halt kein Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde halt immer, wenn wir halt jemanden haben wie Kollegah, der mit diesem Reim-Ding, sag ich mal, durchgespielt hat, was ist der Mehrwert, wenn du das Gleiche machst? Klar ist es halt krass, erst mal so gut zu werden wie Kollegah und vielleicht schaffst du es auch, genauso gut zu werden. Aber es gibt immer Leute, die sind schon länger da als du selber und die machen das halt einfach schon viel, viel länger. Wie cool Savasch, keine Ahnung. Cool Savasch entwickelt neue Flows seit 30 Jahren oder länger. Also cool Savasch ist ja halt einfach schon so lange in diesem Rap-Game mit dabei. Warum sollte jetzt jemand kommen und versuchen, an cool Savasch seinem Thron zu wackeln? Und wenn wir halt mal so schauen, was jetzt auch meine nächste Frage an dich wäre, was sind so die Dinge, deiner Meinung nach, an den Künstlern, die in der letzten Zeit in Deutschland hochgekommen sind? Also sagen wir mal zum Beispiel, Chiago gehen wir mal so ein bisschen auch bis in die Corona-Vorzeit zurück, zum Beispiel Thilo und so weiter. Was macht die so besonders? Was hat dazu geführt, deiner Meinung nach, warum die gerade diejenigen sind, die so unheimlich erfolgreich waren? Vor allem, du hast ja gerade schon genannt, Chiago. Das ist ja gerade das perfekte Beispiel für Individualität. Der ist was anderes, der ist was komplett Neues. Der hat auch ein Leitungsmerkmal mit seiner Schibrille, oder wie man das nennt. Und der hat auch vor allem eine Community aufgebaut. Der hat auch daran gearbeitet, eine Fanbase aufzubauen, die sich anfühlt wie, ich würde mal sagen, Familie. Und wenn du auf seine Konzerte gehst, auf Festivals gehst und siehst, wie die Leute auf ihn reagieren, dann hast du einfach das Gefühl, okay, der hat alles richtig gemacht. Auf Social Media, seine Präsenz und vor allem diese Fan-Nähe, die er hat zu seinen Künstlern. Weil viele denken, das ist ja nur Musik, die du machen hast. Das ist ja viel, viel mehr. Weil du musst dich ja eine gewisse Art und Weise präsentieren. Du musst ja auch eine gewisse Kultur um dich aufbauen. Und ich glaube, Chiago zum Beispiel hat das richtig gut gemacht. Und Thilo ist jetzt auch ein Künstler, den ich persönlich nicht höre. Aber die Fans, natürlich, da sind noch ein paar komische Dinge passiert in seiner Kälte, wo er vielleicht ein bisschen Kritik bekommen hat. Ein bisschen ist gut. Aber der hat ja vorher eine richtig krasse Community gehabt. Man konnte sich wirklich sehr gut mit seiner Musik verbinden, die Fans. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, wir haben so viele Künstler auf der Welt. Aber wie viele Fans hören sich dann auch wirklich jede Woche mal deine Musik an? Jeden Tag mal deine Musik an? Du brauchst eine gewisse Community. Chiago und Thilo, wie du gerade genannt hast, die haben das. Ja, diese sogenannten parasozialen Interaktionen oder parasozialen Beziehungen sind wichtig. Das ist natürlich auch wahrscheinlich so eins der eins der schwierigsten Sachen, das zu schaffen. Aber ich glaube, so das, was halt Chiago halt gemacht hat, zum Beispiel, und auch Thilo auf so eine gewisse Art und Weise, dass die halt so eine gewisse, die hatten halt so, so eine gewisse, sag ich mal, Gruppe von Leuten rausgesucht und die zu ihren so Fans gemacht und das waren dann so ihre Hardcore-Fans und daraus sind sie, daraus ist dann so dieser Mainstream-Popularität gewachsen und das ist halt sehr interessant. Zum Beispiel ein Künstler, das auch extrem gut gemacht hat, meiner Meinung nach, ist Finch Asozial. Der war ja auch so, ich weiß nicht, ob du früher ihn verfolgt hast, wo er bei Rap am Mittwoch und noch so war, da hat er so angefangen zu rappen und da hat er halt so, da war er halt nie so, ist nie so herausgestochen. Er war schon immer ein guter Rapper, aber ist halt nie so herausgestochen. Und der Zeitpunkt, der bei ihm zum massivem Erfolg geführt hat, ist, wo er gesagt hat, ey, ich repräsentiere den Osten. Ich bin der Rapper, der Ostdeutschland repräsentiert, ja. Und das gab's halt vorher so nicht. Es gab halt keinen, der sich hingestellt hat, der gesagt hat so, ey, ich bin ein Ossi-Rapper, so mehr oder weniger. Und da hat er halt diesen Osten hinter sich vereint und die haben halt gesagt, ja, wir lieben unseren Lieblingsrapper, das ist Finch Asozial, weil der repräsentiert uns als Bevölkerungsgruppe oder so. Und dann haben wir zum Beispiel jetzt einen Chiagu und ich glaube, der ist halt sehr so in dieser Berliner Party-Szene drinne, was so dieses Nachtleben angeht. Und es ist auch so eine Zielgruppe, so diese Raver, sag ich mal, und Rap. 100 Prozent. Da gab's halt nicht so viel, was da so drinne war. Es gab so ganz früher, fand ich mal, so ein bisschen so die Atzen, die haben das gemacht, vor so 10, 15 Jahren. Und die sind ja auch heute gar nicht mehr so aktiv, zumindest nicht mehr so, als die Party-Atzen, die sie halt damals waren. Die sind jetzt eher so ein bisschen so zu ihren, ja, Wurzeln zurückgekehrt, sag ich mal. Eher so dieses Oldschool-Rappige. Und ich glaube halt, da hat einfach Chiagu diese Lücke gefüllt. Und wen hatten wir noch? Tilo. Und ich glaube, Tilo hat so ein bisschen halt, klar, das klingt vielleicht komisch, aber sag ich mal, so diese Drogen-Community, ja. Ich glaube so, das ist halt so sein Punkt, so diesen Drogen-Lifestyle-Leben. Ob man es jetzt gut findet oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber er hat es natürlich geschafft. Und ich glaube auch, für jeden da draußen, der jetzt gerade diesen Podcast hört und selber irgendwie Artist ist, so, überlegt mal so, was sind so Dinge, die euch halt interessieren? Was sind so Dinge, wo ihr so sagt, ey, das ist was, womit ich mich persönlich identifiziere. Und vielleicht ist es auch was, wo ihr im ersten Moment denkt, boah, das passt gar nicht so mit Rap zusammen. Weil so ganz ehrlich, Ostdeutschland, ich glaube so, was sind so für Genres in Ostdeutschland populär? Halt so Tecke, sag ich mal, ne? Das ist so irgendwie so, dieser Schranz-Techno, das ist halt so mega in Ostdeutschland populär. Ja. Und auch wenn das nichts mit Rap zu tun hat, hat Finch Asoziale halt trotzdem gutes Crossover hinbekommen. Oder auch beispielsweise, ähm, wen hab ich noch? Zum Beispiel, ich fand das letzte Alligator-Album richtig krass. so, wo Alligator halt auch irgendwie sich so ein Ding wieder gesucht hat. Aber auch Alligator am Anfang, genauso wie Dame, den ja vielleicht der ein oder andere kennt, die haben halt am Anfang so über Zocken gerappt, ja? Das ist jetzt vielleicht ein Hobby, da denkt ihr so, oh, das ist nicht cool und so. Und ich kenne auch viele Rapper, die halt so anfangen und die rappen dann halt so über Straße. Die sagen so, dass die hart sind, kriminell und so sagen, dass die Drohungen verkaufen. Und das ist halt einfach unauthentisch, aber die machen das, weil das halt viel im Deutschrap vertreten ist und wundern sich dann halt, warum es nicht gut ankommt. Naja, weil es ihnen halt keiner abkauft. Und auch wenn du denkst, irgendeine Sache XY ist nicht cool, mach Rap trotzdem darüber. Keine Ahnung, wenn du Angler bist, dann dein Rap übers Angeln. Ich kenne noch keinen Angler-Rapper oder keine Ahnung, wenn du jetzt ein Rapper bist, der Autos, zum Beispiel Autos, finde ich, ist auch gar nicht so krass vertreten, so Tuning-Szene. Es gibt Leute, die sich dafür interessieren oder die das auch gerne hören wollen. Also, du hast es ja sehr gut angesprochen mit Chiabo zum Beispiel, weiß ich auch, dass viele Fans von Chiabo gar nicht mal so richtige Hip-Hop-Fans sind. Sehr viele sind keine Art Waiver, wie du das genannt hast, oder sind gar nicht wirklich in der Hip-Hop-Szene, also viele sind gar nicht in der Hip-Hop-Szene drin. Aber durch Chiabo haben sie diesen Bezug gefolgt, weil er sie repräsentiert. Und da bestehen halt solche paradoxalen Beziehungen teilweise. Ja, safe zu 100 Prozent und halt auch so dieses eben, dass man halt sagt, okay, ich höre halt den und keinen anderen. Ich habe das auch beispielsweise, ich habe früher mit ein paar Leuten hier aus meiner Stadt Musik gemacht, und ich komme ja aus so einer Kleinstadt, Frankfurt, oder? Weiß ich nicht, ob dir das was sagt? ist er an der Grenze zu Polen, 100 Kilometer, also so 80 bis 100 Kilometer östlich von Berlin. Und ich habe auch, die haben halt immer so, auch weißt du, jeder, der hier wohnt, sagt immer, er kommt aus Berlin, so weil keiner kennt Frankfurt, oder? Und dann so, ja, Berlin ist halt krass, ne? Aber ich habe so gesagt, und auch was die Musik angeht, ne? Die haben dann halt auch alle so gerappt, wie irgendwelche anderen haben es halt so nachgemacht. Ich glaube, so fängt jeder an, so habe ich auch angefangen. So, ich habe auch damals so Sido und sowas nachgeahmt, womit ich halt aufgewachsen bin. Aber ich habe halt immer gesagt, ey Leute, macht doch mal so Mucke, wo ihr halt die Stadt repräsentiert. Und dann haben wir tatsächlich einen Song gemacht, der ist heute leider nicht mehr online, weil der Künstler es nicht wollte. Und dieser Song hat auf YouTube mit Video innerhalb von zwei Wochen über 60.000 Aufrufe gehabt. Und diese Stadt hier hat 60.000 Einwohner. Also das ist extrem viral gegangen für die Verhältnisse. Einfach, weil er die Stadt repräsentiert hat in dem Video, sowohl als auch in dem Song. Da ging es halt um die Stadt. Da wurden halt so verschiedene Punkte der Stadt genannt. Und jeder, der halt von hier kommt, dachte sich so, ja geil, so endlich mal coole Musik aus meiner Stadt. Und für jeden da draußen, der in einer kleinen Stadt wohnt, macht es einfach mal. Nehmt euch mal den Tipp zu Herzen und versucht es mal zu machen. Und ihr werdet sehen, es kommt richtig gut an. Genau, und die Leute, die Bewohner aus deiner Stadt, die wissen ganz genau, wo wir reden müssen im Song. Der Rest jetzt vielleicht nicht, aber deine Stadt fühlt sich angesprochen. Das ist ja genau das Perfekte, was du machen willst, mit dem Song. Yes, ich glaube auch, dass im Zeitalter, wo Spotify immer weniger Geld abwirft, die Leute auch wieder so ein bisschen umdenken müssen. Und ich, da ich ja auch schon ein bisschen älter bin, habe ich das auch mitbekommen. Ich kenne einige Rapper aus der Stadt, die so Anfang 2000 hier Musik gemacht haben. Und da gab es so einen kleinen Skaterladen hier und die haben ihre Musik einfach gebrannt auf CDs und verkauft. Und die Leute haben es halt gekauft, weil sie es gefeiert haben und gesagt haben, ey geil, das ist Musik von hier. Und haben das halt supportet und unterstützt. Und ich glaube, wenn jemand da draußen zum Beispiel Musik macht, zum Beispiel für eine gewisse Szene und sagt dann halt, ja, er bietet halt Merch an oder so, dann können sich die Leute viel besser damit identifizieren und kaufen dann auch eher Merch. Und das ist halt das, was letzten Endes auch ein bisschen mehr Umsatz bringt. Okay, dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar, lass uns überleiten jetzt zu diesem ganzen Thema, was mich auf jeden Fall interessiert, Ami-Rap und Deutsch-Rap. Ich höre ab und zu mal da rein, aber grundsätzlich bin ich da nicht so drin. Was würdest du sagen, deiner Meinung nach, was sind so die größten Unterschiede von dem Rap, der in Amerika groß ist und der in Deutschland groß ist? Und warum denkst du das? Ich glaube tatsächlich, das hat auch sehr viel mit Kultur zu tun. Die amerikanische Hip-Hop-Kultur, also du hast ja auch eine Frage gestellt, jetzt nicht in dem Gespräch jetzt gerade, aber auf WhatsApp hast du ja deine Fragen mitgezahlt. Das sind ja die Vorreiter. Also Amerika, was die machen, dann kommt ja erst das, was Deutschland macht. Die machen ja nicht immer alles nach, vor allem Schiago zum Beispiel, der hat ja komplett einen Sound für sich erfunden. Aber wenn du zum Beispiel guckst nach New York, wenn du zum Beispiel guckst nach Hila, du siehst sofort, die haben eine gewisse Kultur. Und das unterscheidet die komplett in Deutschland, weil ich finde, in Deutschland ist das so, viele Künstler machen sehr viel ohne diesen kulturellen Hintergrund. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber das merke ich sehr. Also in Amerika ist es fast, also du musst irgendwie als Hip-Hop, als Rapper, wenn du erfolgreich sein willst, irgendjemanden repräsentieren oder einen gewissen kulturellen Hintergrund mitbringen. Ob es in Atlanta ist, ob es in New York ist, ob es in L.A. ist, ist egal. Die haben, ich glaube, das ist auch so dieses Ding, es gibt halt so, früher gab es halt so diesen, diesen Berlin-Sound, sage ich mal. Und vielleicht noch so diese Rapper, so wie die Fettsbrot oder so, die so ein bisschen Hamburg repräsentiert haben. Aber in Amerika ist es ja viel krasser. Es gab ja früher East Coast, West Coast und dann kam ja so dieser, sage ich mal, Atlanta-Sound auf und Memphis und was sind noch so große Städte. Da gibt es ja so und jeder hat ja für sich so einen eigentlichen Sound, kann man so sagen. Genau. Und das ist halt in Deutschland teilweise, jetzt gerade merke ich das, ist wie so ein großer Kuchen, wo sich jetzt viele deutsche Künstler dran, ja, die nimmst ja immer alles raus. Beispielsweise haben wir auch einen Künstler wie beispielsweise Weezy. Gehört ja auch mit zu den größten Künstlern, die wir gerade im Deutschrap haben, was Streams angeht und sowas. Und er macht das ja auch sehr oft, dass er einfach ist ein Frankfurter Rapper, aber seine Inspiration, mal in New York, mal haben wir gerade diesen neuen Sound, der gerade von Cash Cobain rauskommt, den er gerade macht, nur ein halberes Sound von New Jersey. Und da bedienen sich halt die deutsche Rapper teilweise, was auch absolut okay ist, das ist jetzt keine Kritik oder so. Aber ich merke halt, dass amerikanische Hip-Hop das Fundament macht sozusagen für vieles, was gerade in Deutschland funktioniert. Okay, sehr interessant. Was würdest du sagen, wer sind so die Künstler, die in den letzten Jahren so erfolgreich geworden sind, wo man sagen kann, hey, die haben es richtig gemacht in Amerika so und was haben die gemacht? Also was hat die so besonders gemacht? In Amerika ist gerade ein Künstler, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, das war Cash Cobain gerade in New York, der hat gerade diesen Sound, der nennt sich Sexy Drill. Sexy Drill? Sexy Drill. Du musst dir das mal angucken später. Ja, okay. Super interessant, weil es ist halt, in New York war das halt einfach so, dass Drill irgendwann lauweilig geworden ist. Das Drill Sound, den haben wir jetzt von Postleuch gehört, ist leider verstorben und irgendwann hat man nicht mehr wirklich Bock drauf, jedes Mal Drill zu hören, nach vier Jahren, nachdem man gestorben ist. Und dementsprechend hat sich entschieden, okay, ich nenne das jetzt, ich habe jetzt einen neuen Sound, den nenne ich jetzt Sexy Drill. Das ist sehr setbelastig teilweise und das ist gerade ein Sound, der in Amerika komplett durch die Decke gegangen ist, jetzt die letzten Tage und jetzt auch haben wir viele deutsche Künstler, wie zum Beispiel Rizzi, der jetzt gerade einen Song promotet hat in dem Sound und ich fand das super krass, was er gemacht hat, weil er einen eigenen Sound kreiert hat, so eine gewisse Marktlücke gefunden hat, okay, die Leute haben keinen Bock auf diesen bestimmten Sound, das den Namen nehmen, aber komplett einen neuen Sound rummachen und jetzt arbeitet er mit denen, mit Drake zusammen, mit Don Tulliver, Travis Scott und ist gerade überall in aller Munde als Producer und auch als Rapper. Ah, okay, also er produziert auch selbst. Genau richtig. Und das finde ich halt super cool, sowas zu sehen. Wo du jetzt gesagt hast, Rizzi hat so einen Sound in die Richtung gemacht, ich habe so auch das Gefühl, zum Beispiel ein Künstler, der das halt von Anfang an eigentlich krass viel gemacht hat, immer so dieses nach Amerika gucken und dann so nach Deutschland bringt, zumindest die Elemente, die nicht schon jemand anderes genommen hat, ist auch Luciano, oder? 100 Prozent, weil mit Drill war das ja eine ganz, ganz große Sache so, der hat das in Deutschland etabliert so. Erstens, wenn du so sagst, so deutscher Drill-Künstler ist der Erste, der mir einfällt, auf jeden Fall Luciano. 100 Prozent, das ist der Größte und 2020 war das ja die Zeit, glaube ich, wo das halt auch in Deutschland durch die Technikammerste das Sound. Jetzt mittlerweile weiß ich nicht, ob er so wirklich Bock hat auf Drill, heutzutage so, aber das war auf jeden Fall der Dominierte, der Sound, der dominierte hat mir Zeit gehabt. Yes. Und auch, ich fand auch zum Beispiel, was er davor auch sich abgeschaut hat, waren so diese krassen, so diese Ad-Libs, die so sehr, sehr betont waren. Genau, richtig. Spontan ein. Was sagst du eigentlich zum neuen Album von Post Malone? Ich hab's noch nicht gehört, tatsächlich. Das war aber kein Hip-Hop-Album. Nein, nein, das ist ein Country-Album. Genau, ja. Ich muss mir das doch anhören. Also, auch wenn es ein Country-Album ist, ich bin immer auch für neue Sounds und ja, ja. Yes, okay, ich hab's gehört, fand ich auf jeden Fall super spannend, aber ich glaube, in Deutschland würde da Tendenz eher Fans verloren haben, weil also amerikanische Country-Musik ist hier weiß ich nicht, das hat hier einfach nicht so die Fanbase. Ich glaube, in Amerika ist es cool, aber ich glaube hier nicht so. Ja, nicht so. Also ich glaube, da gibt's ja auch Morgan Wallen oder so heißt der, glaube ich, in Amerika, auch so Country-Sänger und wir haben Taylor Swift, die ist ja auch, glaube ich, Country. Ja, die ist auch Country. Und die ist ja auch riesig auf der gesamten Welt, aber Post Malone ist mir aufgefallen, das kommt irgendwie nicht so gut an in Deutschland. Wir haben zu wenig darüber gesprochen in Deutschland. Ja, ja, safe. Also ich hab's mir nur angehört, weil ich irgendwie durch Zuwalt, auf Apple Music wurde mir vorgeschlagen, ein neues Post Malone-Album, hab ich mal so reingehört und dann hab ich halt so ein bisschen auf Reddit was gelesen. Yes. Dann als nächstes kommen wir mal zu einem Thema. Ich hab gesehen, du hast selber oder dein Partner, mit dem du den Podcast machst, eine eigene Spotify-Playlist auch, richtig? Ja, leider noch nicht ganz geupdatet, aber ja, ich hab eine Playlist, ja. Okay, was, also ich selber bin Apple Music-Abonnent, ich bin da jetzt, ich bin da jetzt raus, was so die Playlisten angeht. Ich weiß aber, dass auf jeden Fall die algorithmischen Playlists ein sehr wichtiges Thema sind auf Spotify. Dazu mach ich auf jeden Fall auch nochmal ein gesondertes Video für alle, die keine Ahnung haben, was sind algorithmische Playlists von Spotify, wie kommt man da rein und so weiter und so fort. Wie würdest du aber zum Beispiel diese Playlisten, also zum Beispiel diese von Leuten, die halt so eine eigene Community haben wie dir, aber auch die, sag ich mal, Major-Playlists, wie wichtig würdest du die einschätzen für die Gewinnung neuer Fans oder ist es gar nicht so wichtig, weil die meisten Leute eh nur die Playlist hören, ohne wirklich auf die Künstler zu achten? Ja, also ich würde schon grundsätzlich sagen, was das wichtig ist, vor allem, wenn du die Möglichkeit hast, überhaupt auf Major-Playlists zu kommen, was ja auch absolut schwierig ist und teilweise beschreiben das Leute auch als unmöglich für junge, neue Künstler. Aber wenn du jetzt jemand bist wie ich, Content Creator im Bereich Hip-Hop, und schon eine Community hast, die vielleicht Bock haben auf eine Playlist von dir, dann ist das schon relativ cool, um neue Fans zu generieren, um neue Hörer zu generieren, bin ein Song, der in dir auf den Playlist ist, auch gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass jemand sagt, okay, warte mal, wer ist denn der Künstler? Vielleicht höre ich mir mehr Songs von dir an. Ich habe jetzt auch beispielsweise eine Playlist, wo ich, wie gesagt, ich muss auf jeden Fall die noch updaten, die sind ja oder so nicht geupdatet, und ich habe mir auch vorgenommen, das vielleicht mal zu machen, vor allem zu neuen Künstlern, jeden Freitag einfach Songs reinzupacken, weil das ist, das ist mehr, was man auch den Leuten gibt und auch super, super wichtig, auch als Künstler, neue Hörer zu bekommen, weil es ist halt auf Spotify, also es ist halt schwierig, also ich weiß nicht, wer aktiv neue Künstler sucht, also wer aktiv sagt, okay, jetzt gehe ich auf Spotify und suche jetzt mal neue Künstler. Wenig. Das machen wenige Menschen. Die machen es nicht, der einzige Punkt, wie du es halt durch Zufall jemanden neu findest, ist halt, indem du diese Radiofunktion nutzt, du hörst zum Beispiel einen Song, den du halt geil findest und dann sagst du halt Spotify oder gibt es ja auch bei anderen Streaming-Anbietern, schlag mir welche vor, die so ähnlich sind, und da gibt es auch tatsächlich einige Tricks, wie man da den Algorithmus so ein bisschen triggern kann, aber das ist wirklich eine Sache, die ist halt, das ist, da findet man halt neue Leute, aber so wie du halt sagst, ansonsten, wenn du halt nicht erst mal so dieses Grundrauschen erzeugst, wenn du nicht erst mal die ersten tausend Plays bekommst, dann ist da nichts los, weil bei Spotify ist es so, damit du in die algorithmischen Playlists reinkommst, die dich wirklich mehr Leuten vorschlagen, muss dein Song mindestens tausend Plays haben und da ist es natürlich toll, wenn du halt zum Beispiel in so eine größere Playlist erstmal oder größere, also in eine kleinere, sag ich mal, reinkommst, von zum Beispiel Leuten wie dir oder so, also Leute da draußen, wenn ihr irgendwie selber nicht so wisst, sucht euch wirklich so seriöse Playlisten raus von so Followern und guckt, dass die vielleicht auch, vielleicht jetzt nicht so riesen Follower sind, weil dann werdet ihr es schwer haben und guckt, dass es keine Fake-Playlisten sind, weil das ist auf jeden Fall auch scheiße, aber wenn ihr zum Beispiel so wie vom guten Eli jetzt hier die Playlist habt, ich weiß nicht, können die Leute, sollen die Leute dir mal schreiben? Ich denke ja, oder? Du bist offen und du hörst es dir an. Ich werde auf jeden Fall meine Playlist updaten, ich glaube, wir haben auch 300 Follower da oder so, die das gesaved haben, keine Ahnung, wie man das nennt und ich werde da definitiv warum sonst, fürs Erste jedenfalls, neue Künstler geht Freitag einfach reinpacken und das ist cool, das werde ich auf jeden Fall machen und das ist eine gute Möglichkeit. Ich glaube, irgendwann gewinnt das Ganze auch überhand, weißt du, weil du dann halt einfach so viele Anfragen hast, wenn du eine gewisse Größe hast, dann ist es auch nicht verkehrt, wenn du sagst, okay, hier, ja, so, ich nehme jetzt halt ein bisschen Geld dafür, aber du musst halt natürlich auch immer den Spagat finden zwischen, wenn du jetzt nur nach Geld gehst und dann kommen halt Leute, die halt Geld haben, aber die halt kein Talent haben, dann hört halt auch keiner mehr die Playlist, weil alle sagen, ja, das ist alles so scheiß Künstler. Deswegen mache ich es auch fürs Erste ohne Geld, damit es halt wenigstens, das Recht, also auch wenn du mir viel Geld gibst, dann ist es nicht cool, einfach Musik auf die Playlist zu packen, die nicht gut ist. Also sollte man es nicht machen, weswegen du bist erst ohne Geld und wenn das Zoll gut ist, dann kommt er auf die Playlist und dann ist auch niemand sauer, dass er irgendwie Geld aus dem Fenster geworfen hat und weil ihr ja eh nichts zu erwarten habt, also könnt ihr hoffen, dass es was bringt und ja, daran arbeite ich. Okay, ich habe noch eine Frage zum Thema Wertens mal ganz kurz angeschnitten, weil du mich gefragt hast, ob ich auch so auf TikTok und so aktiv bin. Also ich bin nicht, ich verbringe nicht mega viel Zeit da, aber ich lade natürlich auch meinen Content da hoch und check da mal ab und zu auch so ab, was mir so im Feed angezeigt wird. Gibt es da einen Künstler, der herausgestochen ist, so bei dir, wo du sagst, ey, der ist dir halt so krass in Erinnerung geblieben und wenn ja, was hat er so für Content gemacht? Warum ist er in Erinnerung geblieben? Durch TikTok, alles so? Mhm. Auch wenn du den Namen nicht weißt, vielleicht kannst du ja beschreiben, wie sein Content war, warum er dir jetzt in Erinnerung geblieben ist. Ja, ich muss kurz nachdenken, weil das sind tatsächlich mehrere Künstler und ich weiß jetzt gerade nicht, ob es wirklich der Content war oder ob es eher die Musik war, die ich gut fand. Aber es gab beispielsweise jemanden, den ich auch direkt gefolgt habe, der heißt Ido Lino beispielsweise und der hat mich halt gecatcht, weil er erstmal musikalisch extrem gut ist und auch qualitative TikTok-Videos gemacht hat zu seiner Musik. Er hat jetzt nicht, er hat jetzt überhaupt nicht alle Tipps befolgt, die jetzt, die man jetzt sagt oder dem Marketing-Manager, die man jetzt sagen würde, dass du jetzt jeden Kommentar zurückkommentieren musst und was auch immer du da machen musst oder Song-Challenge machen musst, überhaupt nicht. Aber er hat von seinem Sound und von seiner Qualität mich persönlich voll mitgenommen und komplett überzeugt und ich fand es halt interessant, weil er halt nicht ohne mal viel gemacht hat auf TikTok. Und trotzdem auch von anderen Leuten sehr viel Zuspruch bekommen und ich glaube auch von Luciano einen Repost bekommen hat auf Instagram. Also echt krass. Ja, das ist crazy. Es gibt noch jemanden, ich weiß ja gerade seinen Namen nicht, der ist vor allem auf YouTube Shorts sehr aktiv. Da bin ich teilweise mehr aktiv auf jeden Fall. Der hat so eine schwarze Maske auf und der disst immer alle Rapper. Dadurch hat er sich so ein bisschen so einen Namen gemacht. Und er hat dann immer so Videotitel wie die Abrechnung für bla 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 und so weiter. Ich sag mir was. Und dann sagt, dann steht da halt immer so die Wahrheit auch über Rapper XY und so macht es ein bisschen mäßig so Expose-Dings und disst die halt alle. Und weil er halt hinter einer Maske ist, sieht ihn halt keiner und kann halt so ein bisschen dissen. Aber der hat halt auch tatsächlich geile Bars gehabt. So deswegen ist der mir in Erinnerung geblieben. Ja, dann habe ich noch jemanden auf TikTok gesehen. Der hat immer so sein Album promotet, in dem er halt oldschoolig gerappt hat. Und das war halt glaube ich einfach so was, was für diese ganze... Also er hat halt auch keine krassen Videos gemacht. Er hat halt immer nur so in der Natur, meistens so an chilligen Locations, halt gerappt in die Kamera. Und auch so dieses, was so halt wirklich so die Leute überzeugt hat, ist, dass der halt einfach so mega authentisch war und so ein bisschen was gemacht hat, was gegen den Zeitgeist war. Und ich glaube auch wirklich, dass es halt so ein Ding ist, dass man halt immer so guckt, welche Plattform ist so wie, ne? Ich glaube halt YouTube Shorts ist ganz anders als Instagram, ist ganz anders auch als TikTok. Ich habe dazu ein gesondertes Video gemacht, ploppt jetzt mal hier oben auf. Aber als kurze Zusammenfassung, TikTok steht mega auf authentischen Content oder auf Content, der halt einfach irgendwie so random ist. Wobei halt zum Beispiel bei Instagram halt eher so aufpolierte Sachen halt gut kommen. Also wirklich, die qualitativ gut produziert sind und ästhetisch. Und YouTube Shorts ist halt meiner Meinung nach die Plattform, die halt so ein bisschen eher auch ist wie YouTube lange Videos. Also was in einem langen Video gut funktioniert, wie MrBeast, 1000 Leute in einem kleinen Kreis, funktioniert halt auch in einem Kurzvideo, in dem man halt sagt, 100 Dollar für, ach keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich denke aber, ihr wisst, was ich meine. Ich mache einen McDonald's Burger für 50 Cent selber oder sowas, funktioniert halt dann bei YouTube gut. Und ja, aber für alle, die mehr dazu wissen wollen, klickt auf jeden Fall mal auf das Video. Gut, ich komme tatsächlich schon auch zur allerletzten Frage oder zum allerletzten Thema, über was ich gerne noch mit dir reden würde. Und zwar über die KI. Denkst du, KI könnte eine Bedrohung für Künstler sein, für Newcomer, aber auch für etablierte Künstler? Und wenn ja, warum und für wen genau, denkst du, könnte es gefährlich werden? Ich habe da auch ein Beispiel, auch tatsächlich. Es gab ja mal die Situation, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf TikTok, gab es einen Song von Drake on the Weeknd, der viral gegangen ist. Und dann hat man erst mal zwei Tage drinnen nachgedacht, warte mal, das ist doch eigentlich von Drake on the Weeknd. Der ist aber schon längst viral gegangen und teilweise sogar auch auf Spotify gewesen war und hat auch tatsächlich eine Chartplatzierung bekommen am Ende der Woche. Und das war ein riesengroßes Problem natürlich für die Künstler mittlerweile ist der Song natürlich auch offline und dadurch wird das erste Mal so realisiert, okay, das kann definitiv ein Problem sein, wenn jetzt Künstler ihre eigene Stimme, also nicht mal das Recht auf ihre eigene Stimme haben und jemand anderes sich jetzt da reich macht dadurch, ja, wenn er jetzt einfach die Stimme nutzt für seinen eigenen Profit, kann das natürlich gefährlich werden, wenn man da nicht irgendwelche Regulationen findet. Aber andererseits habe ich auch gedacht, okay, es kann auch vielleicht Chancen haben innerhalb der Industrie, wenn es zum Beispiel Songwriter gibt, die mit der Stimme des Künstlers sozusagen Songs produzieren für die Künstler. Also, wie wird sich jetzt der Song anhören von Shirin David? Da sagt zum Beispiel Lars, macht Lars einen Song im Studio für Shirin David, nutzt ihre Stimme und er weiß schon, wie der Song hören wird mit ihrer Stimme beispielsweise. Um Demos zu erstellen, ja. Um Demos zu erstellen, das kann man natürlich im Studio nutzen, natürlich kann man KI nutzen, als Produzent, als Musiker, aber ich denke schon, dass es definitiv gefährlich sein kann für Künstler, wenn es da nicht irgendwelche Richtlinien gibt in Zukunft. Yes, ich habe letztens, ich suche das mal kurz raus und blende das dann auch hier an der Stelle ein, letztens ein richtig geiles Zitat von Twitter gelesen. Das lese ich hier an der Stelle mal kurz vor zu diesem Thema. Das fasst es eigentlich echt gut zusammen und zwar von Joanna Maxijewka at author jmec auf Twitter. You know what? The biggest problem with pushing all things AI is wrong direction. I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes. Also kurz zusammen fast auf Deutsch für alle, die kein Englisch können. Das mit dieser AI entwickelt sich einfach in eine verkehrte Richtung, denn was die AI jetzt macht, ist Kunst zu machen, damit ich mehr Zeit habe für meinen Abwasch und mein Geschirr abzuwaschen und meine Kleidung zu waschen. Aber was die KI eigentlich machen sollte, ist meine Kleidung zu waschen und mein Geschirr, so dass ich mehr Musik oder Kunst machen kann. Und da finde ich halt, ist auf jeden Fall was getroffen und da muss man halt auch schauen irgendwie, da muss es weltweite Regulatorien geben, wo man halt krass auch dagegen halt vorgeht, so wie du halt gesagt hast, dass man halt eben solche Dinge verhindert. Es gibt da tatsächlich ja auch schon im aktuellen Recht und auch Rechtsprechungen, die halt sagen, das Recht, das Persönlichkeitsrecht wird verletzt, sobald jemand deine Stimme klont und es gibt so ein, auch so eine Entscheidung in Amerika, die sagt, jede KI, die trainiert wurde, muss sozusagen mit Material trainiert worden sein, wo die KI-Betreiber auch Geld dafür bezahlt haben oder wo sie die Rechte halt dran haben. Also nicht, dass man einfach irgendwas nehmen kann. Da gibt es ja auch diese KI-Suno-AI und da war das ja auch so, dass die halt einfach, die haben halt keine Ahnung, irgendwie Spotify durchlaufen lassen und es hat halt die Daten genommen und daraus wurden dann halt Songs gemacht und sowas geht natürlich nicht und ich finde es auch gut, dass es da Regulatorien gibt. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite glaube ich halt, dass es halt Künstlern und Produzenten halt die Arbeit erleichtern kann und auch eine Hilfe sein kann. Ja, also beispielsweise, wenn du jetzt jemand bist, du hast ja gesagt, du hast nicht selber wie ich ein Instrument gelernt, aber du hast vielleicht selber eine voll geile Idee für einen Song und du würdest die halt gerne umsetzen, ja. Und du, dir fehlt halt im Endeffekt die Sprache der Musik, die du nicht gelernt hast, um die Idee aus deinem Kopf in den Song zu übersetzen. Aber wenn du mithilfe von Sprache deine Idee der Songs in der KI vermitteln kannst, die macht dann halt diesen Song und du schaffst damit etwas Kreatives, Neues, Einzigartiges, was es halt so vorher noch nicht gab und was du nur dank der KI schaffen konntest, dann kann es durchaus auch ein Mehrwert sein, der, ja, irgendwie Unterhaltung bildet und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen einfach abwarten, was da halt die Zeit bringt und auch wie die Menschen halt darauf reagieren, weil ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist halt, wie die Gesellschaft halt damit umgeht. Wenn die Gesellschaft zum Beispiel sich geschlossen dagegen stellt und sagt, hey, nee, wir wollen halt keine KI-Musik hören und wir möchten gerne, dass da eine Kennzeichnungspflicht ist, dass alles, was irgendwie mit KI benutzt wird, gekennzeichnet wird, dass man selber entscheiden kann und die Leute dann sagen, nee, wir entscheiden uns bewusst dagegen, dann denke ich, dann könnte es doch irgendwie auch eher positiv genutzt werden. Yes, als allerletztes habe ich noch eine kleine Kategorie vorbereitet und zwar schnelle Fragen mit schnellen Antworten. Okay. Und ja, das sind sechs Fragen und ich würde sagen, let's go. Welches Deutschrap-Album sollte jeder gehört haben? Dreams von Shindy. Okay. Zweite Frage, welches Ami-Rap-Album sollte jeder gehört haben? My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Yay. Okay, habe ich nicht gehört, werde ich auf jeden Fall mal abchecken. Okay. Dritte Frage, der vielversprechendste Newcomer in Deutschland aktuell? Äh, Bundorg. Okay, kenne ich auch nicht. Und vierte Frage, der vielversprechendste Newcomer in Amerika aktuell? Äh, Tissottschdown. Mhm. Dann fünfte Frage, Viggy oder Puck? Puck. Okay. Und sechste Frage, Kollegah oder Kulsavash? Samash. Okay. Alles klar. Leute, schreibt gerne eure Meinung auch in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ähm, dann freut es mich sehr, dass du heute da gewesen bist. Eli, abonniert auf jeden Fall seinen Kanal, Spotify Playlist. Ich packe alles in die Beschreibung. Dann, äh, freut es mich auch, dass ihr zugehört habt bei diesem Podcast. Ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier links und rechts neben mir Paul Lobt jetzt nochmal ein Video auf für alle, die auf YouTube diesen Podcast hören. In der Mitte könnt ihr wie immer abonnieren. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Sehr gern. Vielen Dank. Bis bald. Und ciao.